EA Plants vs. Zombies 2 Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen App-Check Hier mal wieder beim App-Checker Wir schauen uns Plants vs. Zombies an Ich habe es heute ganz kurz bei meiner Mitbewohnerin gesehen Und es war einfach klasse Und deswegen habe ich gedacht, probiere ich es selber mal aus Okay, wie alt sind wir denn? Ja, sicherlich keine Ja, sagen wir einfach mal, wir sind 18 Oder? Ne, es kommt Passt, prüft doch eh keiner So, äh, habe ich sicherlich nicht gelesen Diese Lüge gebe ich gern an Und als Name geben wir, wie immer, unseren guten Tails an So, ähm, mit Freunden verbinden mache ich jetzt noch nicht Das mache ich vielleicht nachher Aber sonst muss ich nachher wieder so richtig schön viel, äh, wie soll ich sagen Ausblenden So, geht's jetzt? Na? Will er mich jetzt wirklich reinzwingen, dass ich es eingeben muss, oder? Ich will einfach nur speichern unter Na, nein, er wird es natürlich mit Facebook verbinden Es war so klar Okay, dann machen wir das halt auch noch Und jetzt würde ich dann gleich Oh, es ist so gemein Okay, den Teil nicht wundern Würde ich jetzt dann gleich, ähm, ausblenden entsprechend Geht denn jetzt? Dann probieren wir es so Anmelden So, ich hätte eigentlich echt einen anderen Account nehmen sollen Fällt mir jetzt gerade ein Aber es hat funktioniert Und ich hoffe jetzt Jetzt geht es starten hier entsprechend Ähm, ja, was soll ich großartige sagen Es ist ähnlich wie der erste Teil Es ist fast genau gleich Und es hat funktioniert Ist angemeldet Verbunden Und erst jetzt kann ich speichern Ah, ihr Pfeifen Okay Aber wir starten ins Spiel rein Und Warten wir uns das Ganze Erstmal anschauen Hier unten können wir uns natürlich Gleich auch noch Entsprechende Sachen kaufen Aber ich will jetzt endlich spielen Komm Die Musik ist echt Skychirm spielt irgendwie, oder? Brains Sollte hier jetzt ein Video laufen, oder? Ist es einfach nur die Die Grafik Ne, jetzt war offenbar nur ein Ladescreen, oder? Ich habe keine Ahnung Okay, ich sehe hier das komplette Sprite Array Aber irgendwie scheint Habe ich jetzt das Spiel echt zum Absturz gebracht? Ganz klasse Okay, wir probieren es nochmal zum Starten In der Hoffnung, dass es dann geht Aber natürlich schaffe ich es hier mal wieder Perfektes Spiel zum Absturz zu bringen So, noch einmal Wir gehen schön rein Es müsste doch eigentlich gehen, oder? Kommt, ich will es spielen Jetzt will er, dass ich mich nochmal verbinde Okay, probieren wir nochmal So, komm, rein mit dir Ähm, falsches Passwort nochmal Probieren wir es mal ein bisschen länger zum Schreiben Ja, habe ich bereits autorisiert Das weiß ich Äh, äh Immer noch das gleiche Blends vs. Zombies 2 Und komm, jetzt Ich will spielen Einmal mit Profis arbeiten Das ist So typisch Das war heute schon bei Mario Kart die ganze Zeit Ah Ähm Ja komm Wir machen das Tutorial auch mit Lässt sich natürlich wieder nicht anklicken Überspr- Ach, überspringen kann ich Okay Ist ja nicht viel anders da als es sonst immer Und solange die anderen jetzt noch nicht da sind Reicht mir einer? Ich weiß es nicht Ja, reicht Okay, da kommt schon noch eine nächste Machen wir uns hier unsere kleines Wir benutzen einfach erst mal jetzt die Taktik, die wir auch früher benutzt haben Oh, da unten kommt nochmal einer So, komm, 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 komm Jetzt schön durch Ja, einmal durch Die Oberstelle scheint irgendwie so komplett überhaupt nicht zu benutzt werden Aber meine Einpflanzen scheinen auch nicht ganz so Abzuwerfen Ja komm Brains Oh, da kommt jetzt ein stärkerer Dann setzen wir hier noch einen zweiten hin Und jetzt können wir eigentlich direkt auch so stärker noch gehen Reicht mir der hier für den? Jawohl Oh Oh Ein sehr starker Komm, jetzt hier Na, machen wir hier noch einen hin Damit der ein bisschen aufgehalten wird Ja komm, 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 jetzt hier Schön durch Nein, nicht an dem Naschen Ja Und jetzt müssten wir ihn eigentlich haben So Gibt es hier gar keine Münzen dieses Mal? Doch Hier gibt es einen Coin Um später Sachen zum Kaufen Haben wir gemacht? Eine riesige Welle von Zombies nähert sich Ach stimmt, die kommt auch nicht noch Dann machen wir hier noch unsere Verteidigungswall noch ein bisschen größer Aber die sollten wir eigentlich recht schnell hier bekommen Irgendwie scheint es hier auf dem Tablet nicht ganz so ordentlich zum Laufen Sehe ich hier jetzt gerade Aber ohne Probleme Erst das Level ist durch Na Jetzt ist er auseinander Und wir bekommen Hot Chili Soße Und ein ganzes Punt Münzen Das hat sich gelohnt Oh Der Dave Ey Nachbar Kann ich mir die scharfe Soße borgen? Ich warte hier schon ewig mit diesem Taco Na ja jetzt brauchst du sowieso auch nicht mehr du Eumel Oh das war unglaublich Ich will den Taco noch einmal essen Wo ist meine Zeitmaschine? Das ist Penny und ich bin Depi Dave Aber du kannst mich Depi Dave nennen Endlich ein anderer Benutzer der meine Anfragen verarbeiten kann Ich nehme an Dave will in die Vergangenheit reisen Um seinen Taco zu essen Mal wieder Sie ist echt so schlau Und jetzt los Ich will meine Taco Okay Also wir reisen in die Vergangenheit wohl offenbar Und lass mich raten Da wird jetzt wahrscheinlich irgendwas ganz schlimm laufen Willkommen im alten Ägypten Ihr Taco wird in voraussichtlich 4500 Jahren fertig sein Mehr oder weniger Das stinkt doch zum Himmel Ich bin sicher dass mein Taco hier irgendwo ist Aber zuerst den zum Pflanzen sind sie da Oh 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 Okay Wir sind im alten Ägypten Und müssen jetzt probieren Hier gegen die alten Pharaonen anzumtreten Naja Erstmal ein bisschen hier sammeln Okay sie kommen Ich brauche Kohle 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 Okay der kann eh nichts Oh da unten kommt Pharao Was macht der Oh der sammelt Der sammelt die Gold Scheiße der sammelt unsere Da muss ich jetzt schneller sein Okay Pharao Dave ist Joe ist schon besiegt Aber klar der Sonnengott hier So hier noch einmal sammeln Aber es ist zu geil gemacht Ich kann es nur noch einmal sagen Hier ist eine Münze Komm Ich bin schon jetzt total begeistert So hier 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 Was hat der oben drauf Ah der hat jetzt auch wieder Diesen Pylon drauf Aber halt eben den Pharao Das ist zu nice gemacht So dann benutze ich den Jetzt um den hier wieder weg zu machen Ah wieder dieser Pharao Okay den müssen wir ein bisschen Schneller besiegen Da noch einmal Komm Brains Und jetzt müsste eigentlich gleich Die große Runde kommen Hier nochmal der Pharao Oh Ich hätte vielleicht hier noch Ein bisschen abwehren sollen Ne geht's schon Letzte Welle Da noch einmal einen hinsetzen Brains Komm Jawohl Da gibt es auch noch einmal Kohle 200 Da auch 210 Ich freue mich jetzt schon drauf Wieder so einen Zen-Garten oder so Zum Basteln So hier noch einmal So Dann lassen wir hier ein bisschen naschen noch Ich brauche mal echt stärkere Items Wenn bekomme ich neue Blumen Nein es gibt stattdessen lieber eine Karte Die schnappen wir uns Und damit sollte das Tutorial eigentlich vorbei sein oder Ein uraltes Pergamentland Eine uralte Pergamentland Karte Von kosmischer Bedeutung Okay Das heißt wir bekommen jetzt unsere Level Karte Mit der wir dann anfangen können Gute Neuigkeit Denn Penny hat eine Karte zu meinem Taco gefunden Nein das ist nur eine Raumzeitkarte der Welten Die wir erkunden können Mumien und Piraten und Cowboys Junge Junge Irgendwie sollten wir schon einen Weg zu den anderen Welten finden Für den Anfang geht es aber ins alte Ägypten Okay Also ähm Ich bin noch gespannt was ist das hier oben Ich schau mich einfach mal ein bisschen um Ah ok Das heißt hier kann ich Und mit was bezahle ich die Was sind die Verbesserungen Ach ja klar die soll ich mit Kohle kaufen Ok Ich hoffe nicht EA zieht wieder sowas ab wie bei ähm Ach wie hieß das Spiel nochmal Dungeon Keeper Das ist Freunde anschreiben Was ist das hier Ähm Wasenbrecher Ok Den gucken wir dann uns auch nochmal an In einer netten Runde Hier kann ich auch wieder welche kaufen Ne möchte ich nicht Und was kann ich hier mit kaufen Der klaro Nein Hier noch einmal reingucken Nö Nope Auch nicht Und den möchte ich auch nicht Okay also Edelsteine wieder besorgen Die muss man wieder kaufen Und die Münzen gibt es natürlich umsonst Aber ich wollte eigentlich meinen Zen-Garten finden Kriege ich den vielleicht irgendwo auf der Startseite Da unten ist mein Gplus Aber ich finde es jetzt hier nicht Okay Dann schauen wir uns die erste Welt dann gleich in der nächsten Runde an Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde Wenn ich das geschnitten habe Bis dann Ciao 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 Ciao